Hallo Leute und ein herzliches Willkommen Leute wieder zu meinem Video. Es kam jetzt längere Zeit nix, also kein Minecraft Video mehr. Und heute gibt es wieder ein Minecraft Video. Ihr habt es ja vielleicht schon den Titel gelesen, Mörder heute mal. Ich habe das, also ich habe das auch schon mal gespielt, aber es ist sehr selten. Und ja, ich gehe jetzt gleich auf den anderen Server, der nennt sich Hypixel. IP ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns gleich nach meinem Intro. Bis gleich Leute. So, ich bin jetzt schon in einer Runde jetzt drin, Mörder, kenn bestimmen manche. Es sah gerade so aus, wie gerade hier Paluten ist. Sorry, wenn es gerade ein bisschen lag, ähm, ich weiß nicht, das muss an meinem Internet heute liegen. Ab zur Zeit sehr schlechtes Internet. Und ähm, ja. Ich finde jetzt kein Gold, super. Scheiße. Ähm. Ich bin so selten Mörder außerdem. Also ich habe das jetzt schon so viel. Ich habe das schon so viel jetzt, ähm, beim Paluten gesehen. Nein, nein. Ich dachte schon. Der ist es. Ach, ich dachte schon, Alter. Ich habe mal wie immer keinen... Wo? Von wo kam das? Wenn hier einer jetzt tot ist, dann ist es der Orangener. Ne, hier ist keiner. Also ich glaube, der Orangener ist es auf jeden Fall nicht. Ja, hier. Ich brauche noch Gold. Dieser Map finde ich kein Gold. Wo ist der denn? So. Ja, bis wenigstens ein Bogen ist der. Ja. Ja. Volltreffer. Ja. Volltreffer. Ich dachte schon. Der hat mich. Mörder getötet. Nice. Ich dachte, ich verfehle. Wie immer, dachte ich. Das hier finde ich an diesem Server voll cool. Geht gleich die nächste Runde los. Ihr könnt gerne mal auf den Server vorbeigucken. An der Seite rechts an der Seite ist, ähm, steht es unten, ähm, Hypixel.net ist der IP. Ich hasse das immer, äh, ich hasse das immer, äh, Gold zu finden. Oh, es leckt gerade ganz schön. Gold. Auf den Server leckt es bei mir immer, weil hier sehr viele Leute drauf sind. Aber auf diesen Maps sind gerade es wenige Leute. Ich dachte schon. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Bock gehabt. Und, ähm, ja, viele, die tun sich hier einfach verstecken, aber das ist sinnlos. Sich verstecken. Nein. Also, die beiden sind es nicht. Oder drei. Weil es wurde gerade einer getötet. Das war mein Gold. Ach, und Leute, ähm, das Video von meiner Klassenfahrt. Oh, ich habe sowas von Angst gehabt. Ich dachte, ich schläge zu. Gold, gold, gold. Mein, 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 mein. Mein, mein, oh. Steht sich in die Art einer im Schwert. Neun, einer noch. Ein Gold noch. Also, von meinem Klassenfahrt-Video. Ähm. Das kam sehr, sehr spät hoch. Weil das wurde immer gesperrt, weil ich da Musik drin hatte. Was geschützte Musik ist. Leider Gottes ist es der. Ey. Wieso wollte der auf mich schießen? Äh, hallo? Sag mal, ich habe einen Bogen. Ey, wieso wollte der auf mich schießen, ne? Dumm. Vielleicht ist das auch. Das glaube ich aber nicht. Jetzt sind hier sehr viele tot. Was ist der? Die beiden können es nicht gewesen sein. Was ist der da hinten? Nein. Zu spät. Oh. Fuck. Mann. Oh, das war gerade knapp. Äh, knapp. Äh, ich bin gestoppen. Hat die noch viel? Oh. Die hat ja noch ganz schön viele. Mörder macht mir auch mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm. Vielleicht kommen da jetzt mehr Videos von Mörder. Weil Mörder macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Diesen Server gibt es nur ein kleines Problem. Es laggt. Also, bei mir laggt es immer. Sieht man ja gerade schon wieder. Oh, die laggt aber genauso. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Junge. Ich weiß auch gerade gar nicht, wieso das so stark laggt. Also, meine Aufnahme kann das nicht sein, dass es das so war. Nein. Oh, Mann. Nein, 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 lass mich. Ich bin in Ruhe. Oh, Mensch. Nein. Oh, das habe ich bekommen. Nice. 3. Oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Och, Mann. Das war eine schnelle Runter. Schade. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runter wieder. So, da sind wir. Es geht gleich los. Die nächste Runter. Schon wieder die Map. Okay. Och, Mann. Immer bin ich innocent. Ey, das war mein Gold. Was soll denn das? Nein. So, welche Leute kann ich einfach nicht ausstehen. Sie immer das Gold von der Nase wegnehmen. Immer. Hoffentlich werde ich wenigstens eine Runde mal Mörder. Ja, 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 ja. Nee, ich fahre nie. Das ist so gefährlich. Hat einer dann Schwert? Die Geln. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich habe immer Angst. Die ist schwer draus. Wow. Oh, die lasse ich nicht. Oh, nee. Fahnen ist gefährlich. Weil der Mörder kann genau an Ziel stehen. Du bist noch nicht mal ausgestiegen und da schlägt der Mörder zu. Aber ich glaube... Nein. Was ist denn das hier eigentlich? Also, ich... Der Blaue muss es doch sein. Nee. Okay. Wow. Also, doch. Der war das doch. Alter. Mann. Die machen das auch geschickt. Also, ich kann das nicht so. Oh, du tust mir aber sehr leid. Schade für dich. Ey, da liegt Gold. Wie kommt man bitte schon da ran? Wo ist der Mörder? Muss ich mal gucken. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Ursula. habiliser你? Oh, can you feel me? Mmm. Ooh, can you feel me? Mmm. Das war's. 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 Das war's.